Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Fruit Crumble. Fruit Crumble bezeichnet Früchte mit Streuseln. Für sechs Personen, für ein Blech, werden folgende Zutaten benötigt. Boden 1000 Gramm Erdbeeren oder Brombeeren oder Äpfel oder Zwetschgen. Öl 150 Gramm Rosinen 100 Milliliter Wasser oder Rum Teig 200 Gramm Mehl 200 Gramm Butter oder Margarine 125 Gramm Zucker 2 Teelöffel Zimt Salz Folgende Utensilien werden benötigt. Flache Form ofenfest, am besten Backblech. Schüssel Mixer mit Knethaken. Zubereitung Rosinen in heißes Wasser oder Rum einlegen. Früchte waschen und gegebenenfalls schälen und schneiden. Form mit Öl ausstreichen. Früchte und die Rosinen ohne Flüssigkeit in die Form geben. Zutaten für den Teig mit dem Knethaken zu dicken Streuseln verarbeiten. Das geht aber auch mit der Hand wunderbar. Streusel über die Früchte geben, bei 160 Grad Celsius Umluft auf mittlerer Schiene backen bis die Oberfläche leicht braun ist. Nach 10 Minuten Oberfläche abdecken, 10 Minuten vor Backende wieder abdecken, damit die Rosinen nicht schwarz werden. Hinweis Hinweis für Diabetiker ist gleich bei 16 Portionen Apfelkrambel ca. 2,5 Bi-Portion. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung Zubereitung Zubereitung